so leute willkommen zu einem weiteren paar von let's play sonic universe so die menschen zu den t pack und ja im letzten part haben wir zwar erst geschlossen weil er ist gemacht das aber nicht geschafft dass das abbrechen weil es gar nicht geht da war es gar nicht weiter geht es gab kein weg weiter deswegen habe ich abgebrochen und gesagt es geht hier weiter dort jetzt haben wir zwei level hier die wir jetzt ausprobieren werden und gucken was da rauskommt wenn der scheiß rauskommt wenn ich unterglücklich okay wenn das geld ist die ich versuche kein beat nachzumachen LOL Ich bin am Arsch Vergiss es! Nein! Das gibt es doch nicht! Das ist doch einfach das Jump'n'Run mit einer falschen Engine Ich vergaß, vergaß! Bäm! So! Mein Arsch, das Mausrat wird jetzt hier echt hier Vergewaltigt Nochmal! Fast hätte es gereicht! Nochmal! Eins, zwei, zwei und drei! Ja, weiter! Da oben ist doch was! Ha! 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 Eins, zwei, drei! Darüber soll ich, hä? Meinetwegen! Oh! Boah! 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 Wie weit geht's noch kranker? Okay Ich glaube die Frage hat sich jetzt beantwortet, was noch kranker ist Das ist das hier Der Riesenturm Der da drüben am Horizont ist Okay, den zu erreichen ist ein Speer Oder oh ne, das geht auch Los geht's Ich muss Turbo latschen Ich habe ja nichts besseres in meinem Leben zu tun, als irgendwie an Turbo zu latschen Lalalalalala Lalalalalala Ich habe ja nichts mehr zu finden Sonic, lauf! Ich weiß nicht, wo das Ziel ist Was der hell? Da kann dieser Tor mal echt zu Ende sein, ne? Das ist er auch Ohhhh Geschafft Leute, kranker Schütze Okay, let's go! Das ist in der Fall, wenn du mich hier stressen willst Fertig machen willst Du hast das Sinn gekriegt mit dem Level All Levels, wie du es bis jetzt hier machst, habe ich schon Aber bin fertig, ich weiß nicht Das ist es auch auf Tischen Todesballon? Okay, das kenne ich Das habe ich schon mal angezockt ein bisschen Weil ich es ja testen muss, das Adventure DC Pack Da habe ich sie getestet So viel habe ich sie gesehen Okay Dann gucken wir uns mal hier oben Am besten Okay 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 Und um Ein Punkt habe ich schon mal verkackt so meine herren welche da und gf der fressspäße du bist gedrückt halten auf das mausrad weil es ist ich habe langsam kein wach mehr auf diesen shit hier ich habe langsam echt sorgen hier ja da oh oh ja ja was zum teufel ok kurzer schnitt so ich hoffe mal dass das jetzt weiter klappt ohne probleme weil ich habe es um schwer zu holen und das ist echt hardcore jetzt ist es noch gefährlicher ich seh selbst unter mir ist gar nicht ein direkter reicher schritt und ich bin tot deswegen beschleunige ich wie auch nochmal immer aber nur ganz kurz und dann glaube ich ganz die zeit muss ich sagen die kontrolle zu halten boah what the fuck boah ich wollte mich verharschen ey nicht mehr lustig nur ich finde das lustig dass ich gleich wieder sterben werde boah wenn sie wieder am ziel bin lol ziel dumm scheiße katz kommt jetzt so es geht ich musste abbrechen ihr habt es gesehen kommt sie weiter du fliegst durch und jetzt meine kleine nachricht an sonic dpz 07 an dich wenn sie das video sehen ich hoffe dass du das Video sehen kannst du sehen was Bugs in your engine exist und dass du fixst diese Bugs das äh wirst du mir ja ich hoffe dass du wirklich das ist fix weil ich finde es ist leckige worden langsam sicher ich habe das Gefühl ich will mich verharschen wer noch das Gefühl hat so ein dpz wenn du sie will mich hier langsam mal verharschen hier so richtig übelts fies hier dann ja schreibt es mir in die kommentare wenn ihr auch denkt oh gott da will ich fahr schnell hier warte hell warte hell ja ehrlich warte hell ich krieg langsam hier Zustände ich habe ja schon mit Bugs gerechnet in der sonic 3d engine ja ja da ja da ja 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 du das hören Ich glaube, ich helfe das mehr. Was zum Teufel? Nein. Ein übelstes Was zum Ziehrecht angebracht. Warum bist du so buggy? So, ne, BZ-507, fix das mal bitte, das ist nicht in Ordnung. Ich weiß, du denkst dir, hö, du hast kein Skill. Das geht's halt nur, wenn das Spiel so gut ist, dass es überhaupt noch sein kann. Ja, ich würde mir nie mal von Skill reden, ich höre nur noch von Problemen, die in Skill beeinträchtigen. Ich kann auch so viel Skill haben, wie ich will. Was prägt mir Skill, Ben? Das Spiel ja schon nie dafür gedacht ist. Wow. Eins, zwei, drei. Okay, so weit sind wir gekommen Wir bleiben jetzt hier oben Ich hoffe, dass das mir hilft, besser durchzukommen Immer mehr haben wir das Gefühl, wir werden getrickst Jetzt holt es mir hier auf Was zum Teufel Nee Nee, Junge Jetzt wirst du mich hier verarschen Und siehe wenigstens das geschafft Das war's jetzt für diesen Part Also ernsthaft Jetzt hab ich da zu voll hier Von dem Problem Next Level für den nächsten Part Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar Und vergesst es mir nicht Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Also, bis dann, Leute